Aus Israel kamen seit 1948 rund 90.000 Araber nach Jordanien. Bei Jericho entstand das größte Flüchtlingslager der Welt. Die Zivilisation scheint hier aufzuhören, an der gleichen Stelle, wo sie einmal ihren Ursprung nahm. Es gab große palästinensische Flüchtlingslager in den arabischen Nachbarstaaten. Ein Leben im Lager wurde zum Dauerzustand. Je geringer die Aussicht auf Veränderung war, desto mehr wuchs dieser Unruheherd.